Hallo und schön, dass du meinen Kanal hineinschaut, dass ihr da seid. Das freut mich sehr. Heute möchte ich eine Deko aus meiner Blumenwerkstatt zeigen. Natur pur. Das hier kostet eigentlich gar nichts und wie einfach das zu machen ist, das möchte ich dir ganz gerne zeigen. Für einen und für außen als Deko geeignet und wie einfach das geht, schnell und besonders immer wieder neu zu gestalten, das möchte ich dir ganz gerne jetzt zeigen. So, was brauchen wir? Ich habe jetzt eine Metall-Etagere, weil ich möchte die ganz draußen hinstellen. Du kannst aber auch, wenn du drinnen hast, benutzt jede Etagere nehmen oder auch vielleicht nur eine Kuchenplatte. Muss ja nicht doppelt sein, das reicht ja einfach. Dann lege ich aus mit Moos. Ich finde es ganz toll. Dann ein bisschen die Nadeln abklopfen und lege das Ganze mit dem Moos aus. Aber erst noch die Nadeln runter. Ja, das ist dieses Jahr wirklich schlimm. Die ganzen Wälder, die Fichten, hat es wirklich durch den letzten und vorletzten Sommer so ausgetrocknet, dass die alle dürr werden. Und dann fallen die Nadeln natürlich aufs Moos und dann sieht es schlimm aus. Und wenn ich es ausgelegt habe, drückt sich da noch runter, habe ich schon mal Grenze gewickelt. Da gibt es ein extra Video dazu, wie man selber Grenze wickeln kann. Das ist jetzt ein E-Vortanz. Na, will da nicht drüber hin. Und da stelle ich mal die Infobox, wie der geht. Und den nehme ich einfach so aus. Und der ist jetzt schon ein bisschen angetrocknet, macht aber nichts. Ich finde die Optik so wahnsinnig schön. Und das ist so die erste Etage, die man machen kann. Auch die kleinen Deko-Blumen hier. Komplett Upcycling Natur pur. Upcycling-Kleaschen hatte ich auch schon gezeigt, nur mal nebenbei. So, und jetzt muss ich noch mal ein bisschen Moos holen, lege das oben auch noch auf und lege dann den oberen Kranz drauf. Und das ist so eine ganz tolle Grundstruktur. So, die Grundstruktur ist soweit. Und ich mag es grundsätzlich zu jeder Jahreszeit auch mal mit Zapfen und Ästen wieder zu arbeiten als Grundlage. Dazu nehme ich ein Wickeldraht, verschiedene Zapfen. Ich habe halt das Glück, wir haben selber Kiefer, Tanne, Fichte, Lerche, alles zu Hause. Und dann habe ich die vor der Tür. So, und die drahte ich jetzt aneinander. Und kann sie so als Gelände super toll verwenden. Und kann sie dann ins Gesteck mit einbringen. Wie gesagt, Frühlings, Sommer, Herbst und Winter arbeite ich trotzdem gern mit Zapfen. Da dazwischen mache ich dann auch gern mal ein Holz. Das ist jetzt zum Beispiel von der Weinranke. Weintrauben. Wird alles benutzt. Korkenzieher, Hasel nehme ich sehr gerne. Aber ich weiß, ich habe auch das Glück, weil ich es zu Hause habe. Und dann wickele ich mir meine Gelände. So, das war gerade die Nala, unser Hund. Und wie gesagt, einfach mal so eine Gelände wickeln. Mit dem, was man zu Hause hat. Oder im Park. Oder man fährt halt mal wirklich zum Waldspaziergang mit dem Körbchen, mit der Familie. Und sammelt sich auf, was auf dem Boden liegt. Und dann hat man das auch. Erstmal hat man einen tollen Ausdruck gemacht. Und zweitens mal hat man Material. Wie lange. Dann ein bisschen trocknen. Am besten in einem Körbchen. Oder in der Kiste immer mal zwischendurch schütteln. Damit es nicht schimmelt. Auf den Balkon gestellt. Terrasse. Ans offene Fenster. Und dann eine lange Gelände gewickelt. Die wir dann dazu verwenden. So, die Gelände ist fertig. Und dann guckt man mal, also der Draht muss eine Ecke länger bleiben. Dann kann man es einhängen. So. Ist immer ganz gut, wenn vielleicht die Etagere noch solche Nubbel hat, wo man mal den Draht rumrummbringt. binden kann. Aber das hält auch in sich. Drumrum wickeln. So. Und durch den Drahtteil kann man es wunderbar festmachen. Unten drunter schlingen. Fest machen. Und dann hat man so eine tolle Grundstruktur. Und das hat jetzt gar nichts gekostet. Das ist alles Upcycling. Und das wirkt ja so schon ganz, ganz toll. Was brauchen wir für die wilden, natürlichen Grenzen? Wir brauchen eine Schere oder eine Zange und ein Bindedraht. Wenn es mehr ins Grünliche geht, in Grün, ansonsten eher so den anthrazitfarbenen Draht. Und dann brauchen wir Ranken von draußen. Ich habe hier mal Efeu hingelegt. Efeu geht das ganze Jahr. Efeu ist das ganze Jahr flexibel und lässt sich gut verwenden. Und strippen wir dann nur noch die Blätter ab. Und können es verwenden. Außer du möchtest es machen. Mit Blättern. Das geht auch. Die halten auch ein paar schön, paar Tage. Recht schön. Auch mal zwei, drei Wochen. Dann trocknen die nur schön ein. Denn dann würde ich nur eine Kombi machen mit anderen Ästen. Zum Beispiel hier von der Birke. Und dann kann man die Blätter auch dran lassen und nimmt sich verschiedene Stränge. Was auch toll ist, ist Klamatis. Das geht aber nur im Frühjahr bis im Sommer. Frühjahr, Herbst geht auch noch. Wenn noch ein bisschen Saft drin ist, sonst brechen die. Im Frühjahr geht es nicht. Und wilder Wein ist ganz toll. Den kann man benutzen. Und auch die richtigen von den Weinstöcken kann man auch nehmen. Am besten der Weinstock, der klettert. Meiner ist jetzt schon vier, fünf Meter hoch. Und dann kann ich im Herbst, im frühen Herbst, ganz toll nach dem Rückschnitt die Ranken benutzen. Und mache wirklich als Grundlage das Gleiche, was ich dir jetzt zeige. Wie gesagt, es sind wilde Grenzen. Es sind keine akkuraten Grenzen. Jetzt. Und dann nehme ich hier das weiche Teil von den Birkenzweigen hier zum Beispiel und lege mir die aneinander. Das kommt hier mal raus. Und zwar das festere, dickere, haben wir ja auf beiden Seiten einmal dick und einmal dünn, entgegengesetzt. Einmal unten, einmal oben, einmal unten, einmal oben. Und die können ruhig unterschiedlich lang sein, weil wir bringen sie ja dann zusammen in einen Kreis. So, wir legen auch später nochmal an. Und das ist eine ganz einfache, natürliche Dekoart mit den Grenzen, die man als Grundlage verwenden kann. Um dann noch weiteres einzufügen, ob jetzt im Herbst, noch mit Blättern, mit Zapsen und, und. Oder mit, oder mit, im Frühjahr mit ein bisschen Buchs, was man noch reintut, als Büschelchen. Ich brauche jetzt einen reinen Kranz mit dem Essen. Und dann lege ich mir den einfach zu so einem langen Strang zusammen. Ganz lang zusammen. Ich fange in der Mitte an, es mit einem langen Draht, also ich halte es in der Mitte, mit dem langen Draht zu fixieren. Wie gesagt, nochmal, es gibt einen wilden Kranz. Ich hatte nämlich schon mal ein ganz kurzes Tutorial drin, einen Kranzwickeln. Und da hieß, hieß es dann teilweise so, so was Ungepflegtes und so was Abgeranztes als Kranz geht ja gar nicht. Deswegen sage ich, das gibt ein wilder Kranz. Es gibt auch ganz anderer. So, und dann habe ich mir das in der Mitte zusammen gedrahtet. Und dann schlinge ich mir das nach und nach zu einem Kranz. Weil wir hier weder flechten, noch binden. Binden in dem Sinne schon, wenn wir es zusammen gedreht haben. So, und dann kommt das langsam. Immer so nachdrücken. Man muss auch teilweise nochmal abschneiden. Aber so fängt es an, dass wir uns den wilden Kranz, den natürlichen Kranz mit Materialgen aus dem Garten drehen. So, ich habe hier unten mein Draht. Und dann fange ich jetzt schon mal an, den großzügig zu wickeln. Wenn ich jetzt für den winternen Kranz Grohling mache, wo ich dann noch Tannenzweige drumherum binde. Ich kaufe mir die nicht, die Strohgrenze oder so. Das ist mir einfach zu teuer. Dann mache ich aus Efeu immer Ranken in dieser Art. Und auch zusammen ohne Blätter. Und man wickelt den roten Kranz mit Streifen aus Luftpolsterfolie. Wird ganz toll. Darauf kommt drauf an, ob ich den gleich verwende, so wie er ist. Oder ob es noch ein bisschen durchscheinen soll fürs Obermaterial. Dann kann man dann noch ein grünes, also für drinnen ist es aber, grünes Seidenpapier drumherum wickeln. Oder ein weißes oder ein rotes. Und bringt dann die Fichtenäste auf. Ein Büschel oder Buchsbaum. Für draußen, wenn ich den für draußen nehmen will, nehme ich dazu irgendeine grüne Folie. Eine weiße Folie. Damit ich das nicht extrem deckend wickeln muss mit Buchsfichte oder so. Dass, wenn wirklich mal was dazwischen scheint, dass ich die Grundfarbe habe. Und dann sieht man schon, wie schnell der sich entwickelt. Einfach aus den Ästen. Die habe ich gestern beim Spaziergang mit dem Hund, mit meiner Mama und mit meiner einen Tochter, mit der Lilly, mitgebracht. Auf Instagram gibt es davon. Auch Fotos, wie wir spazieren wollen, wer mal gucken mag. Aber ich stelle meine Kinder grundsätzlich nicht auf Facebook, Instagram oder in Videos. Dass man sie sehen kann. Bis auf den Kleinen, der ist ab und zu schon mal dazwischen gehüpft. Die würden das nicht, denn ich sehe das auch nicht so, dass man die Kinder dann in Szene setzt. Und dann machen sie mir mal ein Model. Wenn ich was gestrickt, genäht habe, Kostüm oder irgendwas Besonderes für das Mittelalter zum Anziehen, dann fotografiere ich sie. Da filmen sie von hinten, damit man wirklich mal sieht, wie toll das angezogen aussieht. So, und dann sieht man, wie einfach das ist. Und dann wickele ich allzuweiter und nehme die Äste noch dazu. Und man weiß das selber, was so ein Kranz kostet. Außer Draht ist es hier nicht viel. So, und dann wickele ich den jetzt fertig. Die Überstände schneide ich dann ab. Und dann hat man einen tollen Grundkranz. Ich zeige jetzt nochmal den Schluss. Ich nehme den Draht so um den Finger, mache mir eine Schlaufe, für den anderen noch rüber. Finger aus der Schlaufe, wenn es geht. Nimm den anderen hoch und verdrehe es hier. Ja, dann habe ich, wenn ich möchte, gleich einen Aufhänger. Und wenn nicht, dann knicke ich den einfach weg und dann habe ich den ersten Kranz schon. Das schneide ich dann natürlich noch weg. Oder man arbeitet es ein. Kann man ein Vögelchen draufsetzen, wenn man es so rumnimmt, könnte man ein Vögelchen da draufsetzen. Und jetzt mache ich noch das Efeu. Grundlage ist genau das gleiche. Ich nehme nochmal ein paar andere Äste dazu. Anordnen einmal von rechts nach links. Das heißt, einmal rechts da anfangen, dann links da anfangen, sonst wird es einfach zu dünn. In der Mitte zusammengefasst. Da ist auch noch ein Astel, die man auch noch dazu. Jetzt habe ich nur noch silbernen Wickeltraht zu Hause. Schon wieder 50 Meter alt. Egal. Mitte zusammengefasst. Verdreht. Und dann schön runden gelegt. Hier habe ich jetzt die Blätter dran gelassen. Ich habe ja gesagt, wann die Blätter runter müssen. Wie man es mag. Aber wenn der verblüht ist, dann kann man die nicht verblüht. Trocken geworden sind die Blätter. Und die fallen dann ab. Kann man sie abschütteln, abzupfen. Und dann haben die Grundlage aber noch als Kranz da. Und jetzt da wieder zusammennehmen. Das Ganze kann man auch in Tropfen vormachen. Ich habe es auch schon gezeigt, wie toll man da Herzen mitmachen kann. Und dann jetzt in Grün gemickelt. Ich lege das wahnsinnig gern auf dem Tablett. Stell ein Deko-Glas mitten rein. Bei einem kleinen Kranz daneben, wie ich es eben gezeigt habe. Und dekorieren wir das dann ganz toll. Wer kein Tablett da hat, ein rundes Kuchenplatte ist toll. Eine runde Backform ist super. So eine Blechbackform in rund. Die kann sogar schon angerostet sein. Das sieht so toll aus als Tischdeko. Und dann macht man seine komplette Deko rein. Äste, Moos, Rinde, Brennholz noch dazu. Ein kleineres. Eine Holzscheibe hochkant gestellt. Frische Frühlingsflühe. Oder im Winter, im Weihnachtsstern, diese schönen roten oder weißen dazu gestellt. In den Kranz. Oder in ein Dekoglas. Das sieht so toll aus. Ist so schnell gemacht. Das glaubt man gar nicht. Tolle Geschenkidee. Da bekommt jetzt auch meine Mama. Tabletten und Dekoglas. Und dann richtig Natur auf den Tisch. Weil die liebt das. Und mit dem Tablett kann man es immer schön wegstellen. Es stört nicht. Mal auf die Seide schieben, wenn Gäste kommen. Mitten drauf, wenn man es schön haben will. Ich mache es oft mit Lichterkette. Lichterkette, damit das dann auch leuchtet. Geht aber nur mit LED-Lichterketten. Die anderen werden heiß. Dann kann es brennen. So, und so viel wie ich jetzt geredet habe, ist der Kranz schon wieder fertig. Das gleiche kann man ganz toll mit Getreide machen. Im Herbst, wenn der Weizen soweit ist, nimmt man eine Grundlage auch aus Efeu und wickelt der Weizen ehren drumherum in Busch, in Sträußchen zusammengenommen. Sieht ganz toll aus. Was auch toll aussieht, ist, wenn man langes Gras nimmt, frisches, langes, verschiedenes Gras vom Wegesrand, kann man auch toll die Grenze machen. Und ich denke, jetzt habe ich wirklich genug Info gegeben. Viele Ideen, was man mit den Grenzen machen kann. Ob klein oder groß. Für den Tisch, für die Haustür, als Stuhl. Für Wind und Wetter ist es wirklich ganz gut, wenn man es wirklich noch ein bisschen festgratet. Man hat ja ungefähr vielleicht hier den Ständer, dann kann man es ein bisschen dran draten. Oder unten her. Einfach so mal ein bisschen festmachen, dann hat man länger was davon. Einfach so um die Gelande, um den Draht vom Kranz. Einmal draten und dann gehen wir nach unten, wickeln das einmal um den Fuß herum und befestigen es dann noch wieder um. Und das war es dann schon. Und dann hat man wirklich schon mal die Struktur, damit das hält. So, und jetzt kommen wir zu den Blumen. Ich möchte gerne welche hinlegen, aber die brauchen ja Wasser. Deswegen habe ich einen Luftballon. Ich habe jetzt auch noch einen grünen, der fällt jetzt auf. Einmal gut aufpusten und dann mit Wasser befüllen. Und dann habe ich mir Flieder geholt. Und dann stecke ich den wirklich schön weit rein. Und dann kann man mehrere Luftballons machen, wenn man möchte. Und das echt ausfüllen. Zu Flieder. Mein Papa hat eine Zeit lang als Gärtner gearbeitet. Und da waren die Meinungen auseinander. Frisch abschneiden auf jeden Fall. Manche haben den Stängel, den festen, dann blattgeschlagen, einfach mit einem Hammer oder aus der Küche hin gerät. Dann wird wieder Wasser aufgenommen. Andere sagen wieder, nein, einfach schneiden, schneiden. Dann hält es länger. Ich habe schräg geschnitten, weil da ging die Meinungen wirklich auseinander. So, Luftballon ist gefüllt. Dann nehme ich einfach eine Paketschnur und wickele das feste Knoten. Und so hat mein Flieder Wasser. Und ich kann es legen. Aber ihr könnt es nicht stellen. So, und dann habe ich mir den Ast geholt, weil ein bisschen schräg soll es ja liegen. Den lege ich mir drüber hin. Lege den Flieder so schräg hinein. Luftballon ist unten. Stiele sind im Wasser. Und jetzt kann ich einfach nochmal, ich meine, das Grün fällt kaum auf, noch ein bisschen Moos oben drüber legen. Und schon habe ich es dekoriert. Und der Flieder hat Wasser. Und das soll wirklich so natürlich aussehen wie möglich. Dann habe ich mir hier noch einen Ast geholt von der Korkenzieherhasse. Die trocknet dann schön ein. Das lege ich auch noch dazu. Man kann auch noch ein bisschen Vergissmal nicht dazu nehmen, wenn man möchte. Oder dann nur den Flieder. So, und jetzt mache ich auch für oben noch einen zweiten Luftballon fertig mit dem Flieder. So, auch oben habe ich erst einen Ast drunter gelegt. Und jetzt lege ich einfach nochmal ein paar grüne Äste über den Luftballon hin. Moos, was man so hat. Die Gelande ist auch da. Da kann ich den Ast ein bisschen feststecken mit. Und habe dann wirklich genug Wasser in den Luftballons. Weil das kann jetzt nicht verdunsten. Wird nur von dem Flieder aufgesogen. Und so lange wie der Flieder hält, der hält sich halt nicht sehr lange. Aber genug Wasser ist dann da. Und das ist meine Idee für dich, für euch. Zusätzlich kann man natürlich auch noch ein paar Belis einbauen. Vergiss mal nicht. Margariten, Tulpen. Alles, was man so hat, kann man mit einfügen. Aber ich würde es dann wirklich in den zweiten Luftballon machen. Oder dann auch mal eventuell ein Strandflieder oder eine Strohblume, die man einfach so ansteckt. Und die dann vor sich hin trocknet. Das sieht dann auch ganz, ganz toll aus. Und dann hoffe ich sehr, es hat gefallen. Du konntest mit mir gut deine Blumen arrangieren. Mit Tipps und Tricks. Und alles pur Natur. Wie gesagt, viel, viel mehr findest du noch mal im Kanal. Schau doch mal rein. Lass dich überraschen. Viele tolle Ideen. Für wenig Geld, für den kleinen Geldbeutel. Aber trotzdem besonders. Und die Ideen sind alle von mir. Alles Liebe und bis wieder mal. Tschüss. Tschüss.